Wir sind nochmal zurück in alte Gefilde und untersuchen die letzten geheimen Räumlichkeiten, die wir noch nicht einsehen konnten, erforschen konnten. Viel Spaß, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wo müssen wir denn hin? Wir kommen hier von der Tauchkugelstation und gehen dann erstmal hier drüben in diesen Mittelteil. Ne, ich probiere jetzt erstmal hier unten hinzukommen. Das scheint mir ein bisschen einfacher zu sein. Ich habe teilweise ein bisschen Probleme, diese Wege richtig zu ergründen, die man gehen muss. Atrium. Ah, genau, ich erinnere mich. Hier sind noch etliche Splicer unterwegs. Das Feuer ist ja echt. Ja, ganz recht. So, als nächstes. Fleet Hall? Ne. Aber die Fleet Hall erreichen wir auch vom Atrium aus. So, von... Von hier drüben aus. Ja, hier hoch. Hoch und dann schon hier rein, oder? Mal kurz ausprobieren. Der Eistunnel. Der... Ja. Der Eistunnel führt ganz oft zum Ziel. Habe ich gemerkt. Witzig ist, dass die Scheinwerfer uns immer noch verfolgen. Obwohl der kontrollierende... Mensch... Der kontrollierende Typ halt hier in dem Bereich... schon längst tot ist, ne? Vielleicht ist es auch irgendeine KI. Aber gab es schon künstliche Intelligenz zu der Zeit? Naja, in Rapture ist alles möglich. Man hat hier alles Mögliche erschaffen. Ich habe mich gerade schon gewundert... Was dieser Wachsfiguren-Typ da soll. Und vor allem greift er mich an. Das ist ja krass. Da hinten ist noch einer. Die sind komplett lautlos. Es gibt sogar eine Möglichkeit, die zu fotografieren. Sind wir schon fertig mit den... Houdinis? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber offensichtlich. Wir müssen wieder runter. Das hat leider nicht viel gebracht. Naja, hier. Krass, dass die jetzt lebendig werden. Jetzt, wo wir wieder hier sind. Diese Wachsfiguren... haben sich nämlich die ganze Zeit nicht gerührt. Jetzt tauchen sie hier alle auf... nacheinander. Das ist schon geil. Hier ist offen. Ja. Hier ist jetzt offen. Hier war ich noch nicht drin. Kerpa-Tonicum-Extra-Nutrition. Ja. Ja. Ach, wir haben ja schon die zwei sogar. Wir brauchen das neue gar nicht. Ja, da sind neue Wachsfiguren. Ja, ja. Autohacker. Sehr schön. Das sind zwei... Drei. Einer. 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 Ich schaff. Drei. Drei. Und сор. Drei. 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 Wofür! Verdammt stark. Haben ganz gut Schaden gemacht. Die Kontaktmini hier hätten auch nichts gebracht. Da ist noch einer. Ja, weil die halt die ganze Zeit an der Decke unterwegs sind. Ich hau ab. So, der Bereich war neu. Der hat dahin geführt. Wir sind aber immer noch nicht dort gewesen, wo ich es eigentlich gern gesehen hätte. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir hier drüben hinkommen. Zum Vorführraum. Das ist das Kino, ne? Kino Fleet Hall. Also gehen wir dahin zurück. Und schauen uns dort nochmal um. Und was kommt danach? Gibt es in Hephaestus auch noch optionale Räume? Der Kraftwerksbezirk? Ich glaube schon, ne? Das ist noch nicht so lange her. Aber wir haben keinen Adam mehr, ne? So, wir müssen runter. So, wir müssen runter. Nein, wir sind garantiert kein Freund von Atlas mehr. Ah, Fleet Hall ist hier. Money, 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 money. Money. So, hier ist der Vorführraum. Den kennen wir ja bereits. Den Vorführraum kennen wir bereits. Gibt es hier noch eine Tür vielleicht, die wir aufmachen können? Nein. So, was war da wohl? No. So, was war da wohl? So, und da unten scheint aber noch was zu sein Diese Ränge da Da kann man doch auch noch drauf rumlaufen Die Frage ist, komm ich da Komm ich da drauf Und wenn ja, wie? Hier lang Ne, hier kommen wir her Eine Treppe hoch müsste es geben Oder den Aufzug, ja Na, nehmen wir den Endspurt, Leute Ich denke mal, nach Fort Frolic gibt es nicht mehr allzu viel Optionales Das heißt, wir können dann wirklich bald Zu Point Ich weiß nicht, wie der Stadtteil heißt Da, wo wir Frank Fontaine treffen werden So, jetzt sind wir wieder ganz woanders Da Da, da würde ich gerne hin Da sind die Ränge Da müssen wir doch irgendwie drauf kommen Ja, ja, jetzt sind wir da Das haben wir doch auch schon besucht Allerdings habe ich mich hier noch nicht so genau umgeschaut Außer ein bisschen Süßkram gibt es hier nicht viel Ich dachte, ich dachte vielleicht irgendwelche Ich dachte vielleicht irgendwelche Boxen oder so Zum Looten Fehlanzeige Ist nix da Du hast gesagt Schieß Also habe ich geschossen Tja, Fort Frolic hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt Warum ist der zu? Da ist ein Ton gekommen, Leute Nein Da komme ich doch nie hin Doch Alarmexpert Haben wir auch schon Tja, die hat nicht mit meiner Feuerkraft gerechnet Was waren das? Unsichtbar und unverwundbar oder was? So, das war's Geht die nicht auf? Die geht gar nicht auf Ne, die ist blockiert Na gut Okay, okay Wir haben es geschafft Fort Frolic Abgehakt Wobei man noch irgendwie in ein Privatgemach von Cohen kommen soll Das weiß ich, weil ich es über die Trophies gelesen habe Und ich habe diese Trophy noch nicht erreicht Es muss also Ich muss irgendwas verpasst haben Wie es geht Das ist sehr schade Hätte ich euch gerne gezeigt Falls ihr es wisst Könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben Dann holen wir das nochmal nach Aber Ich möchte jetzt nicht unbedingt noch viel mehr Zeit Hier reinstecken als nötig Sondern euch lieber ein bisschen das Das Endgame zeigen Fontaine Etc Also nichts wie weg Ich könnte Ich könnte mir vorstellen Dass es diese Gemächer hier irgendwo gibt Ja, das ist ganz klar Weil er hat ja hier auch sein Seine Festung, seine Burg Aber das jetzt planlos hier rumzusuchen Nee Bin ich nicht so der Fan von Ich könnte mir vorstellen Es gibt vielleicht Hinweise darauf In einer Sprachnachricht Guck mal hier In einem dieser Tonbänder vielleicht Und wenn man das richtig deutet Dann findet man das ganz wunderbar Heraus Klamotten-Geschäft Ach ja Geil Sie kam auch für die Rolle in der Frage Aber dann hat man sie im Krankzeug gefunden Glotz mich nicht an Okay Dann suchen wir uns mal eine Tauchkugel Da Rapture Metro Genau Ich werfe nochmal einen letzten Blick auf alles Nee Wir waren überall Wir waren überall So Medical Pavilion Neptunes Bounty Arcadia 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 gab es Räume Die wir nicht erreichen konnten Leider Hephaestus Apollo Square Point Prometheus ist unser Ziel Wir gehen nochmal in Hephaestus Schauen kurz Ob es da noch graue Räume gibt Ich vermute eher nicht Und dann Apollo Square Dann Point Hephaestus Äh Prometheus Das sind die griechischen Gottheiten Ne Kommt Das können wir uns schenken Oder Das können wir uns schenken Apollo Square war der Wohnviertel Wohnbezirk Da könnte es natürlich noch einige Apartments geben Die wir noch nicht angeguckt haben Und da wollten wir uns auch nochmal länger drin aufhalten Nachdem wir dann das Problem gelöst hatten Mit den Herzattacken Ich glaube hier werden wir erstmal noch ein bisschen Zeit verbringen Da ist ein Ziel Guck mal wie viel es hier noch gibt Ich glaube Wir müssen hier eine bestimmte Tauchkugel benutzen Deswegen ist das als Ziel ausgewiesen Ja hier der Aufzug Okay alles klar Aufzug Oder Was meint der mit Ziel Ne die Tauchkugelstation ist das Ziel Und hier geht es in den Stadtteil So jetzt habe ich es verstanden Okay Wo kommen wir hin Das klang aber nicht gesund In dem Fall ist es explodiert Aha Alles klar Die Typen halten was aus Okay Also wir sind hier auf der Hauptstraße Sind die Treppe gekommen Hinter uns Hier Fontaine Center For the pure Nicht pure Pur Ja das ist neu Okay Neuer Bezirk Bäh 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 Boah, was die aushalten. Ähm. Shit. Okay, hier ist es ja mal super gefährlich. Boah. High-Level-Gebiet hier, hm? Das Ding da oben macht mir echte Probleme. Boah. Maxxnack. Na komm. Gibt es hier noch Sisters? Ne. Letztes Mal haben wir die letzte bekommen. Also ich vermute, es ist die letzte. Wie viele es sind. Und wie stark die sind. Na, wo bist du? Mach es nicht so spannend. Traxelt irgendwo über mir rum. In der Decke oder so. Komm schon. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wenn du da bist, würde ich mich fallen. Nein. So. Das sind halt einfach nur irgendwelche gruseligen Apartments mit extrem starken Gegnern. Und ein bisschen Loot. Oh ja, wir haben einen Schraubenschlüssel gefunden. Den hatten wir noch gar nicht. Das Little Sisters Waisenhaus. Ja, das ist Frank Fontaine's karitativer Stadtbezirk. Wir haben fast keine Antipersonen-Kugeln mehr im Revolver. Mr. Cone? Ist vielleicht Zander Cones Privatapartment doch ganz woanders? Vielleicht hier im Apollo Square? Immerhin gibt es hier noch jede Menge von diesen abgedunkelten Räumlichkeiten, ne? Das kann schon sein. Wo ist eigentlich Ryans privates Gemach? Privates Apartment? Die wohnen doch hier alle am Apollo Square, ne? Die mit dem Salzteich. Da würde ich gerne rein. Da ist doch eindeutig was drin. Kommen wir wahrscheinlich von oben irgendwie rein. Loch in der Decke nutzen. Hier auch. Ja. Kann ich das hier einschlagen? Ja. Sehr gut. Ah, Loch in der Decke. Habe ich es nicht gesagt? Ja. Gib mir. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So. Da ist keiner. Bin ich aber froh, dass da keiner ist. Oh, die Schnauze. Was wir bräuchten, wäre ein U-Invent. Automat. Ah. Antipersonen-Kugel gefunden. Sehr gut. Ähm. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, so. Ich wollte gerade mit X springen und habe mich gewundert, dass es nicht geht. Au. Und habe jetzt schon die Hoffnung nicht mehr gehabt, dass wir da wieder rauskommen. Danke, Daddy. Vergiss das. Das ist nie passiert. Der Arsch hat mich einfach... Na los, na los, na los. Na los, na los. So, da waren wir drin. Da gab es nichts Tolles. Ne, hier waren wir drin. Hier waren wir noch nicht drin. So, und nicht anders. Das ist ein Widerstandsversteck. Die haben hier irgendwie... Ja, ja, genau. Ja, oder ein Schmugglerversteck. Oh, Brandbolzen. Cool. Nehmen wir die doch mal. Ich benutze eh diese Spezialbolzen zu selten. Oh, shit. Die hat aber auch schnell reagiert, muss ich sagen. Na gut, komm. Dann stellen wir uns ihnen... ...und bleiben einfach mal hier stehen. Und sonst so. Also lassen sich doch 30 Sekunden super überbrücken, oder? War ein super Trip. Mit dem Camouflage, auf jeden Fall. Wo müssen wir dann als nächstes hin? Ja, es gibt schon noch so ein paar Sachen. Wenn wir die Treppen wieder runter gehen... ...dann gibt es da noch so einen... Ne, ne, das ist das Apartment unter uns. Genau, da müssen wir noch rein. Es muss hier irgendwo einen Weg nach unten geben. Wenn ich das richtig sehe. Hier drin. Ja, komm. Troll dich. Der hat lange gewartet hier in dem Raum. Ich werde mich da rein aufreißen. Die Kamera ausschalten. Wo ist sie? Da. Wie kommen wir da rein? Ich werde mich da rein aufreißen. Und dann werde ich jetzt sagen. Noch was? So kann man es natürlich auch machen. Wahrscheinlich kann man es nur so machen. Wow. Hier geht eine Treppe runter. Da ist noch eine Arzttasche. Okay. Ja, ja. Habe ich ihn gesehen. Ein Verbesserungsautomat. Sehr gut. Wir machen mal Granatwerfer-Schadensimmunität. Dann können wir mit dem Ding nämlich auch mal... ...in Nahkampf gehen. Granatwerfer ist jetzt nicht mehr so gefährlich für uns. Okay. Da ist noch ein Tonband. Und safe. Wenn man schon bescheißt, dann sollte man richtig bescheißen. Atlas war der größte Schwindel aller Zeiten. Ryan wollte Frank Fontaines Kopf. Ich habe ihm seinen Wunsch erfüllt. Dank Atlas hatte ich ein neues Gesicht, eine weiße Weste und eine saubere Akte. Jetzt ist es an der Zeit, Rapture zurückzuerobern und... Er wird begeistert sein. Oh, Mrs. McClintock. Was machen Sie denn hier? Lassen Sie mich das schnell abstellen. Also er war ein Pseudo, ne? Ein Abdenkungs-Frank-Frank-Fontaine. Ne? Auch nicht schlecht. Es wurde ja... Es gab ja eine Zeitung, die berichtet, dass Frank Fontaine erschossen wurde. Und er war wahrscheinlich das Double. Das war das Wort, was ich vorhin nicht gefunden habe. Okay. Jetzt sind wir fertig. Hier in dem Bereich. Jetzt gibt es noch... Unten... Irgendwas. Also sprich, wenn wir hier ganz runtergehen... Warum wird das Theater dicht gemacht? Weil Krieg herrscht. Schweine! Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr, oder? Wir hätten jetzt von ganz oben irgendwie noch dahin gekonnt. Kesselraum. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Warte mal, wenn wir hier hochgehen... Jetzt sind wir hier. Okay, wir müssen irgendwo hier rüber. Das ist falsch. Andere Seite. Hier irgendwo? Ein Weg in den Kesselraum. Kann schon sein, ne? Ja. Hey. Ja, ja, ja. Hier war ich noch nicht. Was ist das? Das ist... Schöne Auto, Hacker. Freue ich mich immer sehr drüber. Wunderbar. Gut. Den haben wir auch. Wir haben alles. Guck mal, hier ist nichts Dunkel mehr. Genial, oder? Dann würde ich sagen... Nichts wie weg hier. Schaffen wir sogar noch den Eintritt in den... Point Prometheus. Vor dem Ende dieser Folge. Ach, ein Tagebuch. Die Leute haben gelernt, mir zu vertrauen. Mir, Ryans Geliebter. Nein, sie haben mich nicht verstoßen. Sie haben mich schließlich sogar zu Atlas gebracht. Ohne ihn würden die Menschen vom Apollo Square aufgeben. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Aufstand gegen Ryan anführen würde. Aber er hat nur gesäufzt und gesagt, er sei kein Befreier. Befreier würde es gar nicht geben. Und die Menschen würden sich schon selbst befreien. Ich habe immer geglaubt, Andrew Ryan sei ein großartiger Mensch. Wie dumm ich doch war. Gut, dass wir den Raketenautomaten gehackt haben. Eieiei, er macht mir trotzdem noch selbst Schaden. So. Wir kommen dem Ende langsam näher, Freunde. Es wird langsam spannend. Ich bin sehr auf Fontaine gespannt. Ihr auch? Wie der so ist. Andrew Ryan war ja irgendwo bis zum Schluss ein Stück weit auch eine... Schon irgendwie eine Lichtgestalt, ne? Fand ich. Auch wenn er natürlich viele schlimme, schlimme Verbrechen begangen hat. Und nicht perfekt war. Point Prometheus. Auf geht's. Schätzchen, du solltest wirklich mal zu Steinman gehen. Jeder geht zu Steinman. Ja. Was man davon hat, hat man ja gesehen. Boah, ich glaube, jetzt wird's richtig übel. Die Gegner hier waren ja schon stark. Aber was geht denn hier ab? Die sind wahrscheinlich immun gegen... ...gegen Kugeln. Ich gehe mal auf die eigentliche Personen. ...gegen Kugeln. Oh, 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 oh. Okay, okay. Du willst es also wirklich austragen. Ich bin dabei. Aber ich habe das gesamte Ende der Stadt, mein Lieber. Und die Kasse auf den Ohr, Händen einzusetzen. Ach, worauf wartest du denn? Schnapp dir den Idioten! War das Fontaine? Das kann schon sein. Krass. Jetzt ist eine Verfolgungsjagd angesagt. Wahnsinn. Ja, geh mal aus. Blödes Feuer. Der Teutel ist genau hinter mir. Ich habe seinen Anblick langsam satt. Oh. 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 Geh auf, dann überlasse ich diesen Schonthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus The Rapture ein Aquarium. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Suche einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Einen Big Daddy suchen? Okay. Was soll ich damit machen? Untersuchen? Und dann? Dann geht diese Tür auf, oder wie? Das war, glaube ich, ein Aufzug. Was ist Point Prometheus für ein Stadtteil? Ist das irgendwie... ein Kulturzentrum oder so? Da hinten war ein Schussautomat. Optimized Eugenics. Drei Kippen-Päckchen geraucht. Oh shit. Das ist eine Klinik. Drei Automaten, Leute. Drei. Ich bleibe jetzt hier erst mal stehen. Dann mache ich das Ding kaputt. Oder macht es Sinn, das zu hacken? Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich komme hier nicht mehr weg. Deswegen machen wir es kaputt. Und hier gibt es tatsächlich noch drei Sisters. Hätte ich ja nicht gedacht. Das ist eine Klinik-Päckchen-Päckchen-Päckchen-Päckchen-Päckchen-Päckchen. Ah, ich habe es voll verkackt, ne? Jetzt habe ich die Dinger wieder am Arsch. Da oben, ich habe es nicht mehr so. Oh, oh, oh. Den Strom kriege ich hier nicht weg. Naja, die Kamera ist aus. Das ist schon mal die Hauptsache. Aber dafür gibt es hier auch sonst nichts weiter in dem Raum. Außer, dass er mich fast umbringt mit den Stromschlägen. Das hat mich echt drei Verbandskästen gekostet. Wir gehen jetzt erst mal der Hauptquest nach, würde ich sagen. Das ist mir hier gerade ein bisschen zu umfangreich alles. Naja, die Kontamination. Ah, das können wir aufschmelzen. Immerhin. Das ist so eine Art Genforschungsbezirk. Das ist so eine Art Genforschungsbezirk. Tagebuch. Fontaine ist tot. Suchong. Schlecht für Fontaine. Gut für Suchong. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tenenbaum verschwunden. Fontaine verschwunden. Und Suchong weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Suchong. Also ein Leichnam von einem Big Daddy suchen. Oh. Wir haben nichts. Wir haben nichts, Leute. Ach, hier ist er doch. Guck mal hier. Okay. Protektor Anzugsteuerung. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Alles klar. Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine, erschaffen. Suche die Einzelteile des Abflugs und führe die Little Sisters. Alles klar. Wir sollen selbst zum Big Daddy werden. Ich habe das Gefühl, Fontaine fühlt sich in die Enge gedrängt, jetzt wo er merkt, dass wir durchaus einen ambitionierten Plan verfolgen und ihm dann hinterher können als Big Daddy. Das machen wir in der nächsten Folge. Können wir dann eine Little Sister an unserer Seite haben? Ja, wobei die kämpfen ja nicht für uns. Ich bin gespannt, was daraus wird, aus dieser ganzen Sache. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.